Jain Dorperek meine Freunde was geht ab wir gehen in die zweite Runde der Wizzinio bzw Wizz Montage Challenge. Ich starte wieder meine eigene Montage Challenge wie viele von euch schon auf Twitter mitbekommen haben. Diese Montage Challenge ist für Sniper und Trickshotter. Solo Multi COD. Kommen wir zum Preisgeld. Der erste Platz kriegt 100 Euro, der zweite Platz kriegt 50 Euro, der dritte Platz kriegt 25 Euro. Das Klantec ist W0. 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 Also Klantec W so wie das Wizz hier hinter mir und eine 0. Teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingungen sind folgt mir auf allen Socials Twitter, Instagram, YouTube und Twitch. Das sind die Teilnahmebedingungen. Ja, was haben wir hier noch so was ich mir hier aufgeschrieben habe? Ja, die Regeln. Kommen wir zu den Regeln. Die Trickshotter dürfen keine Explosive Bullets bzw. kein Aimbot benutzen. Wenn also Plutonium und IWVX alles erlaubt. Ja Setup Trickshots erlaubt. Ähm Shake Package erlaubt. Allerdings, wenn ihr was hittet. Sorry Jungs, juckt Kopf. Wenn ihr was hittet. Beziehungsweise. Äh. Uh. Wenn ihr einen Trickshot benutzt. Möchte ich, dass ihr das komplette Gameplay in die Videobeschreibung habt. Damit ich sehe, dass es kein Modded Clip ist und das damit legit ist. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch das komplette Gameplay auf Twitter schicken. Habe ich auch kein Problem mit. Ich möchte einfach nur den Proof. Was ist das denn der Captful Schief? Ich möchte nur den Proof, dass es legit ist. Ja. Für die Sniper. Force Host ist erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist 6v6, 29v9. Und kein Low Health. Keine Modded Clips. So. Ein Editor dürft ihr euch natürlich holen. Und damit würde ich sagen, beginnt der Grind. Ich gucke noch kurz auf meine schlaue Liste, ob ich was vergessen habe. Falls ich was vergessen haben sollte. Gerne eine Twitter DM. Dann schalle ich nochmal raus. Was dann fehlen sollte. Aber ich denke nicht. Preisgeld haben wir. Ähm. Zeitraum haben wir. Clantech haben wir. Trickshot und Sniper erlaubt haben wir. Äh. Multi-COD haben wir. Solo-Tage haben wir. Teilnahmeüberdingungen haben wir. Regeln haben wir. Ich würde sagen wir haben alles. Let the grind begin guys. And. Middle.